Motoren-Sounds, manche Magazine hatten ja bemängelt, die Motoren-Sounds klingen scheiße, finde ich aber nicht. Wie kommen die auf so einen Kack? Ich finde die durchweg genial. Durchweg klasse, glaubwürdig. Gerade von den, meinetwegen Tourenwagen oder meinetwegen nicht Tourenwagen, von den Supersport-Bordwagen oder von den Muscle-Cars oder von den Sportwagen. Auf jeden Fall richtig geil. So, dann noch ein weiteres Plus, der erstmalig eingesetzte, selbst komponierte Soundtrack. Ich glaube, da waren ja die Leute von Red Dead Redemption mit am Werk, wenn ich mich richtig erinnere. Für so Stellen ohne Radiomusik, die lässt halt die Spannung nicht abreißen und sorgt für extra Stimmung. Hört ihr zum Beispiel in der Szene, wo Michael zum Friedhof von North Yenken fährt, um da Trevor zu treffen. Ein weiteres Plus, wieder mal ein bombastischer Radiosoundtrack mit einer Menge Abwechslung von qualitativ hochwertigen Songs. Ja, nur ein kleines Minus dafür, ein kleines Minus, kleines Minus zum Schluss, dass jetzt nicht so viele Songs mit großem Wiedererkennungswert dabei sind. Ich meine, GTA Vice City ist für mich persönlich immer noch die Referenz in Sachen Ohrwurm-Soundtrack. Dann zum Gameplay. Einen gleichen Plus, ein großes Plus am Anfang für den Einsatz von drei Charakteren, die sich unterm Strich spielerisch zwar nicht groß unterscheiden, aber mit ihren drei Spezialfähigkeiten wieder frischen Wind in die angestaubte GTA-Spielmechanik bringen. Außerdem finde ich die verschiedenen Umfelder, wie jetzt die Luxusgegend, das Ghetto oder eben die Hinterwäldlerwüste, wo der Trevor wohnt, der drei einfach viel interessanter als nur eine Gegend mit einem Charakter. So, noch ein weiteres Plus. Der Charakter-Charakterwechsel via Google, diesem Google Earth-mäßigen Zoom, ihr wisst, was ich meine, ist, finde ich, super gelöst. Geht schnell und bringt euch auch genauso schnell von einem Ort zum anderen. Noch ein Plus, endlich gibt es neben der Großstadt auch wieder eine detaillierte Ausgabe, eine detailliert ausgearbeitete ländliche Umgebung, die einfach nur Spaß macht zum Erkunden und einfach genau die richtige Abwechslung bietet, die ich brauche, die ich brauche. Ja, wie gesagt, persönliches Fazit, subjektiv sehen das Ganze. Wenn ich jetzt mal keinen Bock auf die City habe, fahre ich eben einfach aufs Land und umgekehrt. GTA 4, fand ich, hatte mich da nach kurzer Zeit schon ziemlich gelangweilt, einfach weil es nur Stadt war, nur das Stadtsetting. Fand ich denn auf Dauer auch echt viel zu öde. Darum habe ich es auch nicht. Ich würde sagen, ich muss mal kurz überlegen. Ich habe GTA 4 angefangen, eine Weile, ein paar Stunden gezockt, dann aufgehört und dann, weiß nicht, ich glaube ein Jahr später erst beendet. Also, ja, sorry. Von daher, San Andreas, äh, Quatsch, GTA 5, gut ist San Andreas, aber GTA 5 einfach deutlich besser, was das angeht, was die Abwechslung angeht. So, dann, wo war ich? Auf jeden Fall die Abwechslung mit der Spielwelt, super. So, dann noch ein weiteres Plus, das von Max Payne 3 übernommene Waffenrat hat ja Feuergewächte jetzt endlich, endlich richtig flüssig und damit auch spaßig gemacht. Ich finde, das Durchschalten der einzelnen Waffen in GTA 4 war doch mal ein absoluter Krampf dagegen, oder? So nervig. Dann weiteres Plus, das neue Polizeisystem finde ich absolut super. Ich hatte mir in früheren GTA-Teilen schon immer gewünscht, mich einfach vor den Scheiß-Cops verstecken zu können, ohne dass sie mich in ihrem Fahndungsradius immer finden. Dass sie immer wissen, wo ich bin. So ein hohler Scheiß, sowas nerviges. Aber jetzt ist zum Glück geändert in GTA 5. Ja, und genau solche Features finde ich machen eine Spielwelt für mich einfach glaubwürdiger und damit interessanter. So, ein weiteres Plus, die Missionen sind nun auch endlich ideenreicher gestaltet als das übliche. Fahre von A zu B, erledige dann bei B deinen Job und fahre vielleicht noch zu C-Prinzip. Ja, dieses eben, mit diesen simplen Missionen, was man gerade in früheren Teilen hatte, gerade in früheren GTA-Teilen, gut, in GTA 4 nicht mehr so, aber war es auch noch spürbar, merkbar, vertreten. Und gerade die Bankraube und Fremde- und Freaks-Missionen finde ich hier besonders unterhaltsam, was eben diesen neuen Ideenreichtum, diese neue Abwechslung anlegt bei den Missionen. Ein weiteres Plus finde ich, das Börsensystem führt euch in die Wirtschaft ein und ihr könnt hier schnell eine Menge Kohle machen, gerade wenn ihr auf Trends auf der Startseite reagiert und in Unternehmen im Aufwind investiert. Oder bei einem Abwärtstrend alles wieder verkauft und den Schotter einsackt, wie im echten Leben eben. Ein weiteres Plus, wieder gibt es unzählige Nebenaufgaben, wie die Zufallsereignisse, Briefschnipsel, Monster-Stunts, Freizeitaktivitäten, Häuser zum Kaufen und Geld verdienen und so weiter und so weiter. Ja, für genug Spielspaß ist ja auch gesorgt. Ein letztes Plus noch für die Möglichkeit, die Bankraube auf die offensive oder die defensive Weise anzugehen. Das lädt dazu ein, auf jeden Fall finde ich die Story noch einmal durchzuspielen, also den Langzeitspielspaßfaktor, das ist ganz wichtig. Dann kommen wir mal zu den negativen Punkten, den negativen Seiten am Gameplay. Ein negativer Punkt, ein erstes Minus, ich habe nur einen Unterschlupf, warum kann ich nicht mehrere Häuser kaufen, warum habe ich nur diese Villa? Ich meine, die ist cool, ja, die ist schön ausgearbeitet, aber hey, ich möchte auch mehrere Häuser kaufen, wie den anderen GTA-Teilen oder wie in GTA Online, da geht es doch auch. Patchen bitte, neu machen, DLC oder nächster GTA-Teil dann. Okay, nächstes Minus, das Schießen aus dem Auto ist einfach mal scheiße gelöst, okay? Also warum kann ich hier nicht vorher zielen, bevor ich anfange zu schießen? So, ein weiteres Minus, ich bekomme wieder mal keine richtige Belohnung für das Finden der meisten Sammelobjekte und Absolvieren von Monster Stunts, Messerflüge und so weiter. Bitte mehr Belohnung, das ist doch geil, dann habe ich wenigstens einen Sinn, sehe ich mehr einen Sinn darin, diese Sachen zu machen. Dann fehlen noch ein Minus, Feuerwehr, Krankenwagen und Polizeimissionen, wäre ziemlich geil, das wieder mal einzuführen irgendwie. Ey, Entschuldigung, mein Controller hat sich gerade abgeschalten, musste ich gerade mal wieder einschalten. Sorry, es ist alles live hier, von daher entschuldige ich die Versprecher und alles andere. Ja, wie gesagt, Feuerwehr, Krankenwagen, Polizeimissionen, das hatte mir gefehlt, das war mal ziemlich lustig gewesen. Gerade die Polizeimissionen haben wir ziemlich gerne gemacht und geht ja in White City. Mein weiteres Minus, bestimmte wichtige Orte, die das Stadion, zum Beispiel, also bestimmte wichtige Orte wie das Stadion, die Pferderennbahn oder die Oper, die stehen einfach leer. Ja, hier gibt es doch so viel spielerisches Potenzial, zum Beispiel ein Baseballspiel zu schauen, was ja in diesem einen Teaser schon zu sehen war vom Steve Haynes, der ja da geleakt ist, dieser eine Teaser, könnt ihr euch noch erinnern. Oder eben mal die Oper besuchen, dass da eben so ein Oper stattfindet zu bestimmten Zeiten. Oder eben Pferde wetten, Pferderennen, Pferde wetten, das wäre doch geil, ja. Naja, vielleicht als DLC oder dann irgendwann später in einem anderen GTA-Teil. So, das war es soweit zu den ganzen Punkten, zu Präsentation, Story, Gameplay und so weiter und so weiter. Mein Fazit insgesamt, also die Spielwelt von GTA 5 ist ja riesig und bietet euch allein schon mit der Hauptstory an die 25 Stunden Spielspaß mindestens. Mit allen Nebenaufgaben und dem Online-Modus natürlich noch deutlich mehr. Optik, Sound und Gameplay von GTA 5 haben den Maßstab für nicht wirkommene Open-World-Spiele gesetzt und sind momentan das Beste, was ihr in diesem Genre auf dieser Konsolengeneration zocken könnt. Klar ist da noch ein Watch Dogs irgendwo, was da irgendwann dieses Jahr erscheinen wird am Horizont, so, ja. Aber, großes Aber, aber durch so einen starken Fokus, also Watch Dogs, durch seinen starken Fokus auf Präsentation, Grafik und Story, werdet ihr da an Watch Dogs sicherlich nicht die spielerische Abwechslung und Freiheit geboten bekommen, wie zum Beispiel jetzt hier in GTA 5. Ja, mit seinen kleinen Macken würde ich GTA 5 auf einer Skala von 1 bis 10 an etwa eine 9 geben. Meine für eine perfekte 10 muss einfach noch einiges getan werden. Also, ich bin ja, ich bin ja jemand, der nicht gleich ein Spiel antestet, wie die, also wie die, wie die, wie die, wie die vielen verschiedenen Spiele-Magazine, die testen ein Spiel vielleicht zur Hälfte an, die spielen zur Hälfte durch, geben da ihre 10 von 10 Wertung, hauen die da rein, kriegen vielleicht noch einen dicken Geldbonus von dem Publisher. Aber, ja, ich bin jemand, der spielt ein Spiel durch und gibt dann seine Meinung, seine ehrliche Meinung dazu. Und es ist einfach keine 10 von 10, wie manche Magazine das vergeben haben. Finde ich einfach Quatsch. Also, das sind einfach noch so einige Macken, die GTA jetzt, wo GTA keine 10 von 10 verdient hat. Aber auf jeden Fall ein richtig, richtig geniales Spiel. Für eine perfekte 10 von 10 muss einfach noch so einiges getan werden. Also, ich bin jedenfalls gespannt, was uns Rockstar Games da in Zukunft so präsentieren wird. Ich meine, kann ja nur gut werden bei dieser genialen, wirklich genialen Grundlage von Teil 5. Das absolut beste Open-World-Spiel zurzeit. Das beste Open-World-Spiel in 2013, vielleicht sogar noch in 2014. Mal gucken, was da noch so auf uns zukommt. Ich meine, ich glaube, Ubisoft war es. Ubisoft haben ja noch die Division am Start, dieses Open-World-Spiel, dieses Online-Open-World-Spiel, was ja grafisch schon mal deutlich besser aussieht als GTA 5. Bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Next Generation da bringt, was die anderen Entwickler in nächster Zeit da so bringen, um GTA 5 zu toppen. Das ist ja sicherlich denn das Ziel, auch vom wirtschaftlichen Interesse her. Ja, Leute, ich würde sagen, jetzt würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und auch an die, die jetzt vielleicht nochmal kurz so reingeschalten haben, die jetzt nicht das Let's Play von Anfang an verfolgt haben, an die auch, Dankeschön. Ich freue mich ja über jeden Zuschauer. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Video hier bei WePlay Oldschool zu einer Menge GTA-Content, GTA-Online-Content und noch zu ein paar neuen Games. Mal gucken, was ich da noch parat habe, worauf ich noch so Bock habe. Also, Leute, haut da rein. Danke fürs Zuschauen nochmal. Und Max Holz ist raus. Danke fürs Zuschauen.